Artillerie Stellung sehe ich, dahinter ist der Schilker. Könnte das Geschoss vielleicht doch die Artillerie Stellung den Kerl dahinter töten? Das müssten wir ausprobieren. Ja gut, versuchen wir es mal. War ja immer so ein bisschen. Siehst du die Tunguska auf 139? Die links daneben? Ja ja, genau, und da rechts sie hatte ich meine ich. Ja genau, die habe ich im Visier. Ich weiß nicht, worauf würdest du schießen? Auf den Kopf und hoffen, dass die Kugel dahinter einschlägt? Ich würde genau auf den Kopf, wobei ich den Kopf gerade nicht wirklich sehe, aber... Der ist ja so vorgebeugt, ne? Warte mal, wenn ich da drauf schieße... Wir machen mal so'n Glücksschuss. Nein, ein Schuss, der gekonnt ist. Natürlich. Wenn ich die Kurilioniskraft mit einberechne, dann wird das Treffen. Ja, okay, ich mach da mal auch ne sehr genaue Entfernungsmessung. Also die Art hier selbst ist 1.150. Wackelt zu sehr. Geh mal davon aus, dass der Kerl 1.352 entfernt ist. Da würde ich auf 38.3 gehen. Ja. Und dann zielst du halt genau auf die Höhe des Rohrs. Ja. Und dann darf man da stehen. Okay, versuchen wir es mal bei Windstille. Wir haben jetzt 0.6 mit Sinkt. Sinkt. Konstant 0.6. Meinst du, das kriegst du hin? Ja. Feuer. Treffer. 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 Ziehen wir uns erst mal zurück. Ja, das war... Der hat mit mir zusammen... ... then. Vielen Dank.